Hallo Leute, willkommen zu Space Defended. Ja, nach langer Zeit haben wir wieder einen Trophiengeist. Ähm, dieses Spiel kann im Moment viermal gestackt werden. PS4, PS5, EU und PS4. Ähm, kein Cross-Buy kostet 1,149. Geht eigentlich klar. Ähm, der Game ist sehr, sehr einfach. Von daher, ähm, wir müssen nur Asteroiden treffen 190 Mal. Und sollten wir sterben, dann, äh, können wir wieder resetten. Weil das Ganze wird nämlich zusammengezählt bis. So, machen wir mal. Wir stehen auf einer Stelle und schießen mit X. Und müssen die ganze Zeit Meteoriten treffen. Jeweils 10 gibt es immer noch drauf her, ne? Was wir 190 erreicht haben. Sollte jetzt so ein bisschen nix respawnen. Alle Dings treffen. Ja, das ist nicht, ne? Da jetzt. Spawn wieder. Ah, bin ich einmal gestorben, aber macht nix respawnen wieder. Ja, jetzt wird es nicht zu oft getroffen. Da kann man resetten. Wird immer noch weitergezählt. Da oben steht es auch. Ja, also ziemlich easy eigentlich, ne? Man kann auch die ganze Zeit so, au. Naja. Nicht mal von Vorteil. Nicht mal von Vorteil, die ganze Zeit schießt und dabei sich im Kreis dreht. Hm, vielleicht mehr getroffen. Das geht mir jetzt nur ein bisschen zu schnell. 120 sind wir schon, aber ja, eigentlich ziemlich schnell. 30. 50. Äh. 50. 50. 50. 60. 50. 50. 50. und 190 easy peasy und platin ja also sehr sehr einfach kann nichts falsch machen